Und ich weiß nur, dass wenn ich sterbe oder zu lange von den Dingern angeguckt werde, ich im Limbus lande. Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Hexit und zwar zur 50. Folge. Und ich muss euch vorneweg direkt enttäuschen, ich sitze seit ungeschlagen 2 Stunden an diesem PC und überlege mir, hey, ist die 50. Folge, du wolltest irgendwas ganz tolles machen, was tust du jetzt? Ich wollte den Enderdrachen besiegen gehen, das funktioniert nicht. Ich wollte, ja weiß ich nicht, ich habe mir überlegt, irgendwie den nächsten Boss im Dings Dungeon zu machen, funktioniert auch nicht, weil ich da ein bisschen Vorbereitung verbrauche. Also wirklich tatsächlich Twilight Forest braucht wieder ein bisschen Vorbereitung. Der Kampf würde jetzt einfach übel schief gehen. Ich habe eigentlich so coole Ideen gehabt, was wir alles machen könnten. Ich hatte mir so überlegt, oh, machst du voll das coole, voll die coole, suchst dir so eine Animation vom Dings raus, von einem Enderdrachen und dann gehst du den Enderdrachen umklatschen. Mal eben kurz, weil das dauert wirklich einfach nicht lange mittlerweile, so mit dem Equip. Und ja, wie gesagt, ich komme halt auch einfach nicht in den Dings, also ins End. Und am Ende des Tages war es einfach jetzt wirklich so, dass ich gesagt habe, wir haben übrigens, nur just for info, wir haben jetzt 2 Uhr nachts und ich muss um halb 7 Uhr für Arbeit sein. Das heißt also, ich muss jetzt noch aufnehmen, ich muss dann noch rendern, ich muss dann noch hochladen, das heißt also, ich komme nicht vor 4 Uhr ins Bett, locker geschmeidig, und muss aber um 5 Uhr schon wieder auf der Arbeit sein. Also aufstehen, beziehungsweise um, ja doch, 5 Uhr ungefähr. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie viel Schlaf ich heute noch kriegen werde, weil ich mir halt eben die ganze Zeit überlegt habe, was können wir jetzt machen. Und ich bin zu keinem Entschluss gekommen, ich weiß es immer noch nicht, ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was ich jetzt machen werde, ob ich jetzt irgendwas machen werde, ob wir jetzt einfach nur herumgimpen ein bisschen, oder, ob ich irgendwas baue oder so, ich weiß es tatsächlich einfach nicht, aber was ich weiß, ist, dass wir einfach 50 Folgen überlebt haben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine krasse Leistung und ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich mache jetzt was saugefährliches, was saudummes, aber schaut einfach, schaut einfach, was jetzt passiert. Und ich hoffe, dass das alles gut geht. Achso, ich sollte vielleicht irgendwie so Steine oder sowas mitnehmen. Ja, wir haben 50 Folgen überlebt, so, das ist schon, schon mal eine Leistung. So, wenn ich überlege, dass das letzte Let's Play von Hexit, ich glaube, 20 Folgen war, bevor ich dann aufgehört habe, dann muss man einfach sagen, so, ey Leute, 50 Folgen, so. Dass heute keine super coole Special-Folge kommt, seid da einfach nicht zu enttäuscht. Ähm, ich wette, wir werden 50 weitere Folgen schaffen. Und garantiert, das verspreche ich euch, die hundertste Folge. Ähm, wird nicht so aussehen, dass ich zwei Stunden versuche und probiere und nicht weiß, was ich tun soll. So, ich gehe jetzt hier in dieses Portal. Und ich habe keine Ahnung, ob das klug war. Und ich weiß nur, dass, wenn ich sterbe oder zu lange von den Dingern angeguckt werde, ich im Limbus lande. So wie jetzt. Jetzt falle ich gerade und jetzt kann ich gucken, wie ich aus dem Limbus rauskomme. Ach, du Eilige. Ja, genau so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Aus dem Limbus rauskommen ist eine richtig leichte Sache. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so weit wie möglich runterkommen. Dann gibt es irgendwo, hoffentlich, man kann im Limbus übrigens nicht sterben. Ähm, ist im Limbus da unten. Das könnte schon unser Ausgang aus dem Limbus sein. Und zwar gibt es hier dieses entwitterte Stoff und dann gibt es hier diesen ewigen Stoff. Und wenn man da drauf geht, dann kommt man irgendwo in der normalen Welt wieder raus. An einem Turm. Und da ist gerade was runtergefallen. Und wo in drei Teufelsnamen sind wir jetzt? So, und das ist nämlich jetzt das Lustige. Man ist jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Irgendwo da hinten ist, da ist ein Dorf. Und zu Hause ist, das ist gar nicht so weit weg, ne? 346. Naja, gibt Schlimmeres. Was wir machen könnten, wäre vielleicht schon mal ein paar Schokobos mitnehmen oder so. Oh, das sind sogar zwei verschieden. Das ist Männchen und Weibchen. Oh. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die davon begeistern können, mitzukommen. Kommt mal mit, ihr Schokobos. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hallo? Äh, sollst du nicht eigentlich... Achso, der folgt mir schon. Der ist schon glücklich. Der auch. Jetzt komm halt mal mit. Hallo? Dann machen wir jetzt mal was. Komm mal da runter. Schwupp. Und... Und... Ups. Oh nein! Oh nein! Komm schon! Irgendwie muss ich es doch schaffen, da wieder hinzukommen. Und wo ist denn der andere? Sollte der nicht hier rausgefallen sein? Ja gut, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt ist das Portal da vorne leider kaputt. Und ich glaube, das Portal hier vorne ist auch kaputt. Warum auch immer. Vielleicht ist da mal irgendwie ein Mob durchgelaufen oder so. Ich schweiß nicht. Ich weiß nur, dass diese Folge extrem unproduktiv ist einfach. So, der ist jetzt kaputt. Mal wieder. Ich hatte mir tatsächlich was fürs Mausoleum überlegt. Und zwar würde ich da gerne... Und ich gucke es mir mal an, ob das funktionieren würde. Das könnte man machen. So, jetzt lasst uns mal was schauen. Vielleicht kriege ich noch wenigstens irgendwas gebacken in dieser Folge. In der ich eigentlich ja ein bisschen was machen wollte und schaffen wollte. Aber gut. Ich glaube, diese Folge spiegelt auch gut wieder, was mein Hexit-Let's Play ausmacht. So, ähm... Ich mache ganz oft Sachen, die irgendwie keinen wirklichen Erfolg haben. Ups. Da. Eine Steinstufe. Das ist dreimal Stein. Okay. Dreimal Stein. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ach ne, Quatsch. Wir kriegen ja... Hallo. Hallo, hallo. Sechs Stück da raus. Ähm... Wupp. So. Dann kommt da das hin. Was habe ich jetzt gesagt? Dann zweimal Eisen und zweimal... brauchen wir noch einen Stick. 1, 2, 1, 2. Wir brauchen ein paar mehr... Da waren übrigens noch Steinstufen. Okay. Und Eisen, 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 Eisen. Und 2, 3, 4. Und so. 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 Okay. Dann haben wir 2 Stück davon. Jetzt gucken wir mal... Sartier mal. Ich hätte am liebsten ja eine Diamant-Rüstung. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Eine komplette Dia-Rüstung hier. Da haben wir einen Helm. Dö, 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 dö. Aber keine Brustplatte mehr wahrscheinlich. Ne. Okay. Dann nehmen wir aber zumindest... Dann können wir... Gold geht auch nicht. Äh... Haben wir den Brustplatten von... Ey, sag mal. Haben wir überhaupt gar keine Brustplatten hier? Da ist eine Eisenbrustplatte. Da ist ein Helm. Da ist eine Brustplatte. Da ist eine Hose. Da ist eine Hose. Ich muss jetzt mal gerade schauen. So, 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 so. Jetzt brauchen wir noch einen Helm. Und zweimal Schuhe. So. Okay. Machen wir das zumindest mal so. Und dann bauen wir hier mal zwei Amor-Stands auf. Ich hoffe, die lassen sich auch so querstellen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das haben möchte. Jetzt müssen wir mal gucken. Hallo? Was ist das denn für eine Köcke? Hä? Okay. Jetzt hat er Schuhe. Ah, okay. Jetzt hat er die Brust. Jetzt brauchen wir die... Äh, Schuhe haben wir doch schon. Ah, Mann, ey. Und die Hose, so. So. Und den Helm. Okay. Und das gleiche hier nochmal. Helm. Hose. Stiefel. So. Naja, gut, ne? Ist nicht ganz so, wie ich das haben wollte, aber... Also ist nicht ganz so, wie ich das haben wollte, weil ich das gerne in einer schönen Rüstung gehabt hätte. Aber gut, besser als gar nichts. Was kann ich euch noch erzählen? Ähm. Ich könnte euch erzählen, wie es so in den nächsten 50 Folgen weitergeht. Weil da noch einiges passieren muss irgendwie. Also der Twilight Forest ist auf jeden Fall noch angesagt. Den will ich gerne tatsächlich bis zum Ende machen, weil das tatsächlich auch mal wieder eine Herausforderung ist. Dann würde ich gerne ganz viel noch am Haus machen. Ich möchte noch ein Feld machen, ein neues. Da können wir eigentlich jetzt mal mit anfangen, zumindest schon mal. Und dann hier, äh... Baumwolle. Diesel. Hast du hier noch irgendwo? Ne. Okay. Es gibt so vieles, was ich noch machen will. Ich habe auch ganz vieles irgendwie angefangen und das nie zu Ende gemacht. Ich will noch eine Tierfarm machen. Ich will noch... Ähm... Hier... Äh... Wie heißt das denn? Ja, wie heißt das denn nochmal, was ich noch machen will? Ähm... So, jetzt müssen wir mal wieder gucken. Klack, klack, klack. Die Fackel kommt da mal hier hin. Äh... Wie war das jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hier kommt dann ein Dings. Eins, zwei... Drei, vier. So, ne? Eins, zwei, drei, vier. Da kommt der Wasserbutton. Eins, zwei, drei, vier. Ja, so, so in etwa müsste das Feld aussehen. Ähm... Ich weiß, im Moment wirkt alles ziemlich langweilig, was wir hier so machen, aber... Ähm... Wie gesagt, es muss auch nicht immer Action sein. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mit den ersten 50 Folgen ganz gut gefahren bin, so wie sie gelaufen sind. Und ich glaube, das hat, ähm... Also mir zeigt es ja, dass es halt eben Spaß macht, weil im Moment kommt tatsächlich nichts anderes auf meinem Kanal außer Exit. Und trotzdem sind die Leute da und gucken sich das an und... Und es gibt Kommentare und es gibt immer wieder neue Leute, die sich das angucken. Das finde ich ziemlich cool. Und... Ja... So, und das... Das bestätigt mich halt irgendwie in dem, was ich mache. So, ne? Also... 1, 2, 3, 4... Ähm... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... Also... 1, 2, 3, 4... Und dann ist es der hier, der weg muss. Na, also das, ähm... Ich merke ja selber, dass, äh... Ich nicht immer pure Action habe und nicht immer unbedingt das, was, ähm... Allen so gefällt, aber... Ähm... Wie gesagt, es muss auch mal immer so ein bisschen in Relation zueinander stehen. Also es macht ja keinen Sinn, ähm... Jetzt hier in 5 Minuten das komplette Add-On durchzu... Ach, jetzt habe ich die... Ich Idiot, ey. Habe ich die weggetan, obwohl auch hier eigentlich noch gar nicht alles fertig ist. Äh, es macht ja keinen Sinn, das komplette Add-On irgendwie in 20 Minuten durchzuzocken und dann keinen Content mehr zu haben. Ich weiß, ich kann immer wieder Content dazu tun. Das werde ich auch definitiv. Da könnt ihr euch sicher sein, dass, ähm... Ich zum Beispiel auch gern den E-Ton noch machen würde. Also wer das Add-On noch nicht kennt, kann da auch mal vorbeigucken. Ähm... Ich möchte den Twilight Forest machen, weil ich mich damit halt eben noch nie auseinandergesetzt habe. Vielleicht möchte ich irgendwann mal auf Magie gehen. Ich will, ähm... Hier... Dingensbummens... Auchens... Ne? Will ich nämlich auch machen. Äh... Sag doch mal. Erzähl doch mal, was ich jetzt sagen wollte. Was wollte ich jetzt sagen? Was war jetzt mein Plan zu sagen? Da ist immer wieder aus meinem Kopf alles weg. Und wir sind auch schon über der Zeit. Und deswegen... Will ich mich auf jeden Fall mal so bei euch bedanken für diese krassen, ähm... 50 Folgen mit euch zusammen. Ähm... Stream werde ich auch wieder übrigens ab nächstes Wochenende. Spätestens bin ich wieder im Stream mit dabei. Ja, ihr habt einiges jetzt in diesen... In diesen Wochen mitgemacht. Also ihr habt meinen Umzug miterlebt. Ihr habt meine erste richtige krasse Vorproduktion miterlebt, die wir leider machen mussten. Was mich auch gar nicht so glücklich gestimmt hat tatsächlich. Ähm... Meine Nase juckt ständig. Das habt ihr auch alle miterlebt. Und... Ähm... Ja... Ich will auf jeden Fall mal ein fettes Danke an euch raushauen. Dass ihr mit mir zusammen eben das hier gemacht habt. Und... Ja... Ich hoffe, dass wir mindestens noch 50 weitere Folgen hinbekommen. Das fände ich halt sehr schön. Und... Ähm... Da brauche ich euch halt eben für. So... Ich habe mir grundprinzipiell... Die Folge heute wird übrigens ein bisschen länger, falls es irgendjemand noch nicht gemerkt hat. Ich habe mir grundprinzipiell vorgenommen, nicht mehr ganz so viel auf, ähm... Die Klickzahlen zu geben. Aber... Man tut es ja doch irgendwie, ne? So... Und... Ähm... Auch wenn wir im Moment jemanden dabei haben, der gerne den Dislike-Button drückt, stört mich auch nicht großartig. Soll er machen. Ähm... Ich verstehe nur nicht, warum er sich dann das Video immer wieder anguckt. Und ich denke, es ist ein... Ein und dieselbe Person, die es immer wieder tut. So einfach nur auf ein Video zu klicken, um kurz den Dislike-Button zu drücken, ist, äh... Schon ziemlich... Lame. Aber okay, das will ich gar nicht hier besprechen heute. Heute will ich eigentlich euch zelebrieren. Euch feiern. Denn ihr habt mich dazu gebracht, eben genau 50 Folgen Let's Play Minecraft Hexe zu machen. Und dafür gibt es heute mal ein dickes Daumen hoch an euch. Ich werde heute auch meine ganzen hier, mach das und jenes am Ende nicht sagen. Ich sage euch nur, dass da wieder ein paar Videos zu sehen sind, weil die werde ich wieder einbauen. Und alles andere könnt ihr handhaben, wie ihr wollt heute. Dafür ist die 50. Folge nicht da. Es tut mir furchtbar leid, dass sie nicht ganz so geworden ist, wie ich es mir selber erhofft hatte und wie mein Anspruch eigentlich auch ist. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen Einblick darüber verschaffen, was in den nächsten 50, 100, 150, 200 Folgen passiert. Und jetzt sind fast 20 Minuten rum und keiner guckt mehr wahrscheinlich am Ende. Und deswegen sage ich einfach wie immer, Leute, ihr seid die Größten, möchte ich euch noch sagen. Und bis denne! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Mal.